Hi, ich bin die Steffi vom Yogastudio Jona in Lohne und aufgrund der Corona-Krise ist es ja so, dass wir unsere Studios leider alle geschlossen haben und wir unsere Kurse zurzeit online anbieten und so kam dann die Idee, dass wir doch ein Online-Festival zum Thema Bewegung, Entspannung und Gesundheit anbieten. Das Ganze soll vom 19.06. bis zum 21.06. stattfinden, weil am 21.06. ist der Welt-Yoga-Tag und da ist es eigentlich so, dass wir immer die 108 Sonnengröße anbieten und so kam dann die Idee zu diesem Online-Festival. Hi, ich bin Igor aus dem Team Jona aus Lohne und hiermit möchten wir gerne einen Aufruf starten an alle Kollegen, die in dem Bereich Bewegung, Körper und Ernährung aus dem Landkreis Vechta kommen, da wir am Ende Juni ein Online-Festival organisieren. Dort kann jeder auftreten und sich präsentieren, in dieser Zeit vor allen Dingen, um neue Kunden zu werden und eventuell auch die alten oder bestellenden Kunden mal wieder zu mobilisieren und einfach nur mal zeigen, was wer anbietet. So können sich die Leute aus dem Landkreis informieren und auch schon reinschnuppern, dass es so das Ziel dieses Projektes ist. Hi, ich bin die Caro, die Dritte aus dem Planungsteam. Wir bitten alle Interessenten, sich bis zum 22.05. zu melden, damit wir den Kursplan auch veröffentlichen können. Zunächst werden alle Infos erstmal über die Social-Media-Plattform des Yoga-Studios Lohne präsentiert. Wir basteln inzwischen aber ganz fleißig an einer eigenen Webseite und die Informationen werden demnächst folgen.